Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es geht dir gut, es geht dir gut. Ich sehe, du siehst ein wenig gestresst aus. Ich habe doch letztens schon gesagt, du musst ein wenig langsamer machen. Dieser ganze Stress, der ist nicht so gut für dich. Du musst einfach ein bisschen mehr auf dich achten. Auf dich, 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 auf dich. Du musst auf dich, auf dich, auf dich achten. Also gut, dass du da bist. Dann können wir mit unserer Entspannungstour starten. Bist du soweit? Okay. Dann lehn dich zurück. Entspann dich. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Ich werde heute ein wenig um mich um dein Gesicht kümmern. Und deine Ohren. Und ganz nebenbei kannst du dann einfach entspannen. Ein bisschen zur Ruhe kommen und wieder zu dir selbst finden. Dann lass uns mal beginnen. Ich habe hier ein paar Entspannungskugeln. Die sind ganz weich. Zuerst Kontaktaufnahme. Sind die immer super. da kann man nämlich super entspannen und sich erstmal hingeben und sich fallen lassen. schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Atme tief ein. Und wieder aus. Und wieder aus. Und wieder aus. Und kannst dich voll und ganz der Entspannung hingehen. Ruhe dich einfach aus und fühle diese positive Energie, die uns umgibt. Sei offen für die positive Energie. Energie. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Lass dich drauf machen. Einatmen. Und ausatmen. Ich spüre, wie es dir besser geht. Lass die ganze negative Energie hinter dir und konzentriere dich auf das Positive. Es gibt so viele gute Dinge in der Welt, lass sie zu dir, lass dich drauf ein. Ich spüre, wie es dir besser geht. Ich spüre, wie es dir besser geht. Spürst du, wie es dir gut tut, einfach mal an nichts außer an sich selbst zu denken. Du hast es dir verdient, einfach mal für dich zu sein. Glück und glücklich sein, das ist es, was das Wichtigste auf der Welt ist. Finde dein Glück. Dein Glück. Dein Glück. Dein Glück. Dein Glück. Versprich mir, dass du auch zukünftig besser auf dich achtest und dir öfter eine Auszeit nimmst, wie diese. Du kannst jede Zeit zu mir zurück und ich werde mir die Zeit nehmen. Einatmen und ausatmen. Schöpfe deine Kraft aus der positiven Energie, die dich umgeht. Es ist so viel da. Komm langsam zurück. Zurück, 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 zurück. Du spürst deinen Körper, deinen Körper, deinen Körper. Du spürst deine Atmung, wie sie der Brust so behebt und zeigt. Du kommst langsam wieder zurück, zurück, zurück. Sehr gut. Ich bleibe noch ein wenig lieb und genieße die Ruhe und die Stille, die dich umgeht. Mein Freund, ich werde dich jetzt noch ein wenig schlafen oder liegen lassen und ich wünsche dir eine ganz tolle und ruhige Nacht. Und einen wundervolle Tag und eine wundervolle Restwoche und ein wundervolles Jahr. Du kannst jederzeit zurück zu mir, um dich zu entspannen. Vergiss niemals an dich zu denken. Du kannst du anfangen, wie sie auswohnen lassen nach Wunderschön. Mouth